Gut, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk 2077. So, wir haben einen Soldaten hier. Sonst ist, glaube ich, relativ leer. Kannst du mal weg. Und du kannst weg. Hallo, Level 8. Ja, aber ich glaube, ansonsten haben wir dann alles soweit. Die kennen wir schon beide. Da ist noch eine Kamera, die hätte ich auch ganz gerne mal weg gerade. So, da ist der Aufzug. Bist du alleine? Schalt mir fast so. Nächste Kamera. Zwei, okay. Nicht so ganz alleine, leider. So, wie sieht's denn aus? Ich glaube, er geht gerade so aneinander vor. Das war genau der falsche Punkt, um zu speichern. Wie viele Quick-Safes habe ich denn? Mehr, okay. Das ist schön. Dann versuchen wir das Ganze gerade nochmal. So, die werden schon mal abgeschaltet. Dann kommst du als nächstes dran. Hm. Das können wir ja auch nochmal kurz ablenken, da hinten. So, ich ping dich mal kurz an. So, genau. Genau, du schaust ja nochmal hier rüber. Jetzt gehst du wieder zurück und du unten gehst wieder zurück. Sehr knappe Sache. Ich befürchte, wir müssen hier wirklich mal ablenken. Schnell, wir stecken! Wie, die können dich sehen. Ja, genau. Beim Letzten geht's halt dann eben nicht. Dann müssen wir nochmal hacken. So, dass der eine abgelenkt ist und wir... Haben wir da unten überhaupt irgendwas zum Ablenken? Ja, hätten wir sogar. Machen wir das mal. Meine Güte. So, und das war's. Boah. Gut. Danke, Feuerzeug. Na gut, hier unten wurde es tatsächlich nur ein bisschen knapp. Okay, mein Lieber. Auf geht's. Na komm. Ich hab ein Leck. Ja, das sehen wir. Haben wir hier unten noch irgendwen, der uns steht. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Nein, nein. Drauf! Willkommen zurück! Der Delamade ist ein anderes Problem, Alter! Wenn ich gleich loswerst, hagelsgleich Sorgen! Nicht schlecht. Kundenfeedback registriert. Wie sieht unser Auto aus? Tipptopp in Schuss. Allerdings werden wir verfolgen. So ein Scheiße! Delamade! Der Kumpelmodus aktiviert. Bitte bleiben Sie ruhig. Ruhig? Straßenblockade voraus. Ich bitte Sie freundlich, sich festzuhalten. Scheiße! Eine feindliche Lüfteinheit hat uns im Visier. Überlass das mir! Okay. Packen wir dich mal grad neu. Neue Nachricht gekriegt. Wurrrr. Auftrag aus Krippkomman die... Wupp-wupp-wupp-wupp ist in Ordnung. Machen wir gleich später. Jetzt würd ich ganz gerne mal die Waffe wechseln. Hier mal ein bisschen aufräumen. Bring uns zu nem Ripper-Doc! Los! Tut mir leid, das ist nicht möglich. Unsere Route wurde vorausgeplant und ist bereits bezahlt. Ein Abweichen ist nicht vorgesehen. Scheiß auf den Plan! Tu, was ich dir sage! Schon gut. Wie? Ich schaff das. Ich schlage vor, dass Sie Mr. Wells wachhalten. Es wird alles gut. Du siehst Misty! Deine Ma! Alle, die du liebst! Jackie, lass die Augen offen! Misty! Sie wusste es! Die ganze Zeit! Der Bio-Chip! Nimm du ihn für mich! Der Bio-Chip! Mr. Wells ist verstorben. Wohin soll ich ihn bringen? Was? Das Excelsior-Paket beinhaltet die kostenlose Entsorgung sämtlicher sterblicher Überreste. Ich brauche nur einen Zielort. Gib, gib mir ne Sekunde. Okay? Ach, Mann. Ich hätte gedacht, wir schaffen es noch. Checky, checky, checky. Mr. Wells Überreste. Wohin soll ich sie bringen? Vic. Vic Vector wird sich um ihn kümmern. Seine Familie sollte ihn so nicht sehen. Natürlich. Verstanden. Mr. Deshawn erwartet Sie in Zimmer 204. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Wir sehen uns in der Oberliga, Jack. Alles klar, dann... Bis mal, hast du doch abgekriegt, du Wagen. Ah, wir sind überladen. Wir können aber netterweise, glaube ich, hier ein paar Sachen loswerden. Gut, gut. Dann lass uns doch mal kurz gucken. Eventan... Ach so, das ist immer noch gesperrt. So, da brauchen wir höheres Level für. Okay. Sollen wir die aufheben? Ich weiß es ja nicht. Hm. Jetzt wird der Fall noch keinen Schuss abgefeuert. Ah, ich glaube wir verkaufen jetzt erstmal ne Runde... Da du ikonisch bist, möchte ich dann doch ganz gerne noch behalten. Können sogar ne Mod reinpacken. Äh, noch reinpacken. So, fröhliches Verkaufen. Äh, Scharfschützengewehr behalte ich mal noch. So. So. Was bist du eigentlich? Powerpistole. Ja komm, hauen wir erstmal hier alles raus. Ach, Tier 22, das dauert ja noch eine ganze Weile. Was ist bei dir? Konstitution brauchen wir dafür. Ah, okay. Das wird wahrscheinlich auch nicht so schnell passieren. Du bist auch 22. Was hast du? Genau, du hast ja ein bisschen reduziert. Hm. Hauen wir euch mal gerade alle raus. Neue Schrotflinte. Warum nicht? Die Unity. sehr schön. Mor behalf mal so. Huh. so 19 nicht ganz die Messer können ja auch mal noch weg die bringen auch nicht so unglaublich viel so tschüss die ganzen Kleider jetzt hier aufgenommen die Schuhe können wir mal wechseln nachher ne ist mir grad ein bisschen zu viel so na komm ich glaub wir verziehen uns mal mal schauen was das jetzt wird hm ich hab noch ne neue Brille hier hacken ist leider nicht na du nein ich will nichts kaufen noch das ist halt natürlich schade so hier pennt noch ne Runde na dann ich glaub nicht dass wir hier noch all zu viel mitnehmen können hm das ist auch noch ne Vogelpopulation hm 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 das geht hier ab muss er hier irgendwo rein hacken leider nicht na gut dann gib mal hey Luthier ja 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 WNS, N54, selbst die Piraten-Sender. Deine Fresse ist überall. Und Jackster? Ist er im Auto? Ja, er ist im Auto. Tot. Mein Beileid für dich. Und der Relic? Ich habe ihn hier. Hatte ich befürchtet. Was? Saburo Arasaka. Tot. Hast du eine Ahnung, in welcher Scheiße ich deinetwegen stecke? Du hast den Kaiser ermordet! Seine Majestät! Alle, die nur mit einem Finger in der Sache stecken, sind so gut wie tot! Wir müssen Night City verlassen. Was du nicht sagst! Ruf Evelyn an. Wir machen den Deal. Nehmen das Geld und tauchen unter. Okay, ganz ruhig. Wir müssen das taktisch angehen. Parker, Eddies. Dann verlassen wir die Stadt. Aber zuerst. Dein Gesicht. Alles voller Blut. Das Bad ist dort. Mach dich sauber. Mal los. Okay, dann gucken wir. So, was haben wir hier noch? Schauen wir auf das Moor Chrysium. Ja, das gebuchte Shuttle. Heute. Nein, ich kann nicht warten. Ein Platz. Ich zahle Premium. Spaceport Terminal 4. Okay. Was mit mir? So, Sturm auf das Moor Chrysium. Mittlerweile sind wir alle aufmerksame Fans der Reality Show, die sich Weltraumpolitik nennt. Aber das hier ist das echte Leben und alles, was da oben passiert, könnte bald echte Konsequenzen für uns hier unten haben. In letzter Zeit redet alles über den Angriff auf Ursula Carrera, infolgedessen sie die Kontrolle über die untere Hälfte ihres Körpers komplett verloren hat. Die Medien zeigen Kommentare zu dem Vorfall von Carreras jüngerem Bruder Wegner in Dauerschleife und besprechen ebenso oft das Outfit, das Yara Ayoade bei der offiziellen Pressekonferenz trug. Bei der sie jegliche Gerüchte dementierte, dass Carreras Familie etwas mit ihrem Unfall zu tun hatte. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mit jedem neuen Tag klingt der Spruch, was in der Umlaufbahn passiert, bleibt auch in der Umlaufbahn mehr nach einem Wunsch denken. Wie? Mach dich mal sauber. Siehst ja schlimm aus. Wen rufst du an? Evelyn Parker? Nicht doch. Docs. Einen alten Freund aus dem Transportwesen. Mehr musst du nicht wissen. Jetzt wasch dir das Blut ab. Haben wir mitgekriegt, wie du da anrufst. Wir bleiben cool. Alles klar. Zu wiskant wie. Weißt du noch, unser erstes Gespräch? Scheint, als wähle ich lieber das ruhige Leben. Ruhm reicht aufgehen. Können alle... Bring dich... Na dann. Na, wird schon. Tja, guck mal, jetzt spielst du an Johnny's Event. Tja, natürlich total zugedröhnt. Lass mich mal kurz hier hin, bitte. Hey, heute Nacht verabschiede ich mich von euch allen. Geld ist Geld, da gibt's keinen Spaß. Hm. Haha, ist gut. Ihr vergeudet euer Leben, lauft uns hinterher wie Hündchen. Wer hat dir in den Kaffee gepisst? Du scheinbar nicht. Okay, weiter geht's. Johnny, warte. Mach das nicht. Du kannst immer noch zurück. Komm her, Mann. Scheiß auf die Band. Nicht deine Leute, nicht deine Szene. Mach dein eigenes Ding. Mist, Kav. Ich werd dich echt vermissen. Bis zum nächsten Leben, mein Freund. Du bist spät. Ja, ist ja in Ordnung. Ich liebe es, wenn du sauer bist. Bringt mein Südstaatler Blut in Wallung. Steig ein, bevor ich meine Meinung ändere. Oh, geht ja einiges ab. Silverhand. Hey, scheiße. Bring uns in die Luft. Hier, setz das auf. Und nimm es nicht ab, klar? Die Häfen brennen. Pacifica ist abgeschnitten. Nichts läuft. Militär auf den Straßen in Watson. Huren Söhne. Was da draußen abläuft, waren wir das? Journey CD. Damit Arazaka seine Aufmerksamkeit auf Wayland richtet. Weg vom Tower. Sind die Kollateralschäden auch Teil seines Plans? Wir sind nicht bei den Pfadfindern krampfen. Schluck die Gewissensbisse runter. Nachher spielen wir jetzt den Angriff auf das Plaza nach. Das kann natürlich gut sein. Okay. Und man guckt mal, wie der dann wirklich abgelaufen ist. Das ist regnend. Vorwärts. Gut. Du hast ja nicht all zu viel weggepallert. Sollen wir für ein bisschen... ...lösliche Feuer bei euch. Ist überhaupt irgendwas getroffen? Aber es wird. Ab und nach können wir euch mal zerlegen. Ja, flieg doch mal ein bisschen rüber, dass wir da... Der ist gar nicht mehr hier. Sieht so aus. Los, runter mit euch! Murphy? Habt den Zugangspunkt gefunden. Los! Johnny, du denkst an den Plan. Ladung in den Fahrstuhl, scharf machen und den Rest der Schwerkraft überlassen. Die Explosion erschüttert das Fundament. Turm stürzt ein. Chaos, Geschrei, Abspann. Wir haben nur ein kleines Pfeil. Das ist auch schlimmer. Okay. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns das hier mal an. Ich bin happy fürs Zuschauen. Hoffe ihr habt Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao. Spider Murphy Gang fällt mir gerade mal auf. Moin. Thorne.